Quagos Sack Haltfischform, 40 cm, nicht sehr weiblich, es ist mit der kleinste, aber er ist sehr gut, qualitativ sehr gut, langer Kopf, also soll er groß werden, wir gucken jetzt mal bis Mai, was wir da auf die Rippen kriegen, 50 cm auf jeden Fall, aber es ist auch weit, es ist abgedrückt kein männlicher Fisch, also ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass er weiblich ist, der Bauch ist auch weich, also Flossen alles weiblich, Kiemen weiblich, also qualitativ, wie gesagt, sehr gut, jetzt müssen wir halt die Größe draufziehen, der hier im Dressort, auch der ist noch weich, langer Kopf, also soll groß werden.